Du hast gerade nicht ihn attackiert, ne? Moinchen. Ach, Jung. Nö, ne? Du wirst mir nicht absaufen. Jung. Nu komm. Nu höpp. Boah. Okay. Jetzt muss ich mich auch noch hier beeilen, wegen meinem Atem. So. Shop. Schuriken. Wenn die Dinger so sind, wie ich es hoffe. So, hier noch ein paar Tränke. Nö, lass mich raten. Haha. Wie geil. Ich hab nicht auf meinen Atem geachtet. Ja, das ist... Das war witzig. Ganz ehrlich. Ich persönlich fand's gerade sehr interessant, weil ich kaufe mir so übelst viele Tränke und so, die mich heilen. Und dann verrecke ich erst mal. Äh, egal. Das Geld holen wir uns erst mal wieder. Ne? Und ich hoffe noch mal, dass... Ne, der wird ja her, findet nicht mehr zurück. Hoffen wir mal, dass er vielleicht gleich wieder zurückfindet. Vielleicht, ne? Dann rennen wir erst mal weg. Was? Nein! Schuriken! Ja, das Ding sieht an sich ganz cool aus, ne? Das ist Schuriken. So, ähm... Hier wollte ich noch eine Türe reinhaben. Dann machen wir die doch mal dort. Äh, beziehungsweise... Ich hab keine Holzmänner. Krieg ich denn jetzt Holz? Ja, ich kriege Holz. Aber trotzdem, dies reicht immer noch nicht. Das heißt... Wir müssen ein Bäumelein fällen. Keine Panik, wir werden bald aufforsten irgendwo hier. Vermutlich in der Nähe von meinem Haupthaus. Ähm... Runter. Wir müssen runter. Wie, Mast runter? Nur um... Nur um... Äh, da hoch. Nur um... ...und sowas hier zu holen. Genau. So, jetzt bin ich hier. Und... Hallo. Ja, ja. So. Jetzt haben wir hier auf beiden Seiten eine Türe. Na? Jetzt sind wir ganz positiv. Und der Mann da unten, der ersäuft. Hoffentlich nicht. Wie gesagt, hoffentlich... Hoffen wir es einfach mal. Mal gucken. Vielleicht haben sie sich jetzt... Piggy Bank. Ach so, nur eine Schweinebank. Kaufpreise sind aber enorm hoch. So, da ist er sehr böse drin. Egal. Vielleicht können wir ihn uns schon bald leisten. Wie gesagt... Können wir denn? Ähm... Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Können wir denn? Aha. Siehste. Wir können hier nämlich jetzt auch Sachen verkaufen. Dann... Nicht verkaufbar. Nicht durchspielen. Kann ich denn? Warte mal. Während dem Handeln kann ich hochspringen. Kann ich denn auch während dem Handeln schlagen? Nein, kann ich natürlich nicht. So, direkt mal nochmal nebenbei was verdient, ne? So, und jetzt, äh, ganz schnell. Können wir Steine verkaufen? Nein, können wir nicht. Können wir das... Viel haben wir es? Nicht zu viel, ne? Ähm... Irgendwann ist es... Ja, das braucht man nicht. Aber noch was so'n Ding. Das ist aber schon Defense Plus 2. Äh, shop. Die Linsen kann man verkaufen. Ähm... Den... So, hier... Okay, der zählt. Der Gesamtreis. Ja, 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 ich weiß. Und ich hol mir auch mein Geld wieder. Aber wenn man da so am Handeln ist, dann achtet man halt nicht auf seinen Atem. Und ja, ich hol mir ja das Geld wieder. Bin ja schon dabei. Nur, ob ich das zeitlich nicht mehr... äh, zeitlich noch schaffe, ist eine andere Sache. Aber... Weil dann würde ich nämlich möglicherweise... Würde ich es? Zu 99% würde ich dann mal sagen, äh... Ja... Oh! Verdammt! Shit. Er kommt grad noch so'ne andere Idee. Dass wir einfach das Wasser absenken. Wie wir es ja eben auch schon gemacht haben. Aber bis zu dem alten Mann dann... Halt hin. Ähm... Ja, ich hab' die Lust da drauf, hab' ich echt nicht. Die ganze Zeit. Das funktioniert gut. Können wir ihm hier wenigstens mal ne Fackel... hier unter Wasser... reichen. Gut. Äh, noch einmal Shop. Ähm... Tja, 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 tja... U. Fuck. Hine... Warte mal. Hierbei kann ich mich nicht umbinden. Hine... Ah, ich handel gar nicht mehr mit dem. Fällt mir jetzt erst wieder auf. was der Wetter zum Bieten dazu zu sagen hat dass ich ihn jetzt mal so richtig schön die Fresse poliert das ist sozusagen genau ja ich wollte gerade testen für mich abzieht 13 da kommt noch einer jetzt werden langsam auch die Pilze überflüssig jetzt kann ich mir Tränke holen oh verdammt ich vergaß aber die Tränke die braucht man auch eigentlich ja nur im Notfall BZW die Tränke sind extrem extrem äh die heilen halt das die heilen halt 100 Prozent naja stimmt das wollte ich auch mal ausprobieren entschuldigen dann kommen wir jetzt mit hoch hier mal eins vom Arschheim kommen ach komm schon oh guck mal wer wieder da ist naja so so ich laufe jetzt schnell wieder zurück ja verdammt so aber ok aber ok äh halb ich nachscheiß einfach drauf haha du bist da draußen und ich so